Hey meine Dorfbewohner und herzlich willkommen zu einem neuen Video und jetzt seht schon, ich hab einen neuen Skin. Also nicht einen neuen Skin, aber ein bisschen verändert. Und ihr seht schon, wir sind hier und da, dass ich hier die Arme gemacht habe mit einem Streifen. Der Kopf sieht ganz hässlich aus und das war's eigentlich schon. Der Kopf muss sich, glaube ich, ein bisschen mal verbessern. Und, ja, ich hab auch so eine kleine Pyramide gebaut, äh Pyramide, okay, irgendwas, so was kleines, wo hier so kleine Sachen sind, einfach so bei der Wand, okay. Okay, ähm, na wir sagen, ich lasse einen Kommentar da, oder, ähm, abonniert mich, oder, ne, nein. Ähm, ihr liked das Video, wenn ich den Skin, ähm, noch haben, ah ja, genau, haben soll, ähm, und, ja, oder behalten soll. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder von anderen Sachen rein. Tschüss!